Insgesamt neun unterschiedliche Modelle wurden im aktuellen Test unter die Lupe genommen. Von klassischen Seilketten, Schneeketten mit Stahlbügel auf der Rückseite bis hin zu Textilprodukten. Getestet wurde in der Reifendimension 22550R17. Das Ergebnis überrascht. Ich hätte mir tatsächlich erwartet, dass wir hier dramatisch Noten von sehr gut bis nicht genügend vergeben werden müssen. Das ist nicht der Fall. Auf Schnee haben eigentlich alle Produkte wirklich eine ganz gute Wirkung erzielt, natürlich mit Unterschieden. Beim Verschleiß waren die Textilprodukte erwartungsgemäß nicht ganz so gut, aber auch nicht so dramatisch, dass man sie verdammen müsste. Ganz vorne im Test liegt die klassische Seilkette. Diese konnte zwar nirgends echte Spitzenwerte einfahren, liefert jedoch insgesamt ein sehr homogenes Ergebnis ab. Die Montage funktioniert so ganz gut. Die Wirkung auf Schnee war sehr, sehr gut. Und im Verschleiß war sie eben auch sehr gut. Sie hat sich also keine Schwäche erlaubt. Auch das Verpackungsmaterial und die Anleitung war ganz gut. Es ist also eigentlich erstaunlich, dass ein Produkt, das man so um 50, 60 Euro bekommen kann im Handel, hier den Testsieg eingefahren ist. Im Test standen textile Anfahrhilfen, wenn es um die Kraftübertragung beim Anfahren geht, der Leistung einer klassischen Schneekette in nichts nach. In Österreich ist es aktuell jedoch nicht gesetzlich geregelt, ob diese überhaupt verwendet werden dürfen. Also sollten die Textilprodukte tatsächlich einmal klar erlaubt sein in Österreich, wäre das eine interessante Alternative für Besitzer jener Fahrzeuge, wo Kettenmontage gar nicht erlaubt ist. Oder die eine Reifendimension am Fahrzeug montiert haben, wo keine Ketten mehr verwendet werden dürfen. Da kann dann das Textilprodukt noch der letzte Ausweg sein. Aber derzeit ist das eh keine Option in Österreich. Worauf man beim Kauf von Schneeketten besonders achten soll, weiß ÖAMTC-Techniker Stefan Kerbel. Also ganz wichtig zu beachten beim Kauf oder vor dem Kauf von Schneeketten ist eigentlich, ob man es am eigenen Fahrzeug überhaupt montieren darf. Oder in welcher Reifendimension man Ketten montieren darf. Es gibt ja bei sehr vielen Fahrzeugen die Möglichkeit, auch Breitreifen zu montieren. Sehr oft ist dann aber in der Betriebsanleitung beschrieben, dass in diesen größeren Dimensionen keine Ketten mehr verwendet werden dürfen. Und da geht es halt dann noch darum, brauche ich die Kette wirklich nur als Versicherungsprodukt. Also habe ich es nur im Auto mit für den Fall der Fälle. Da kann ich mir eine günstige Seilkette kaufen. Sollte mich aber trotzdem damit befassen, bevor ich sie dann das erste Mal verwende. Also eine Probe Montage würde ich immer empfehlen. Und andere Leute, die die Kette ständig einsetzen oder immer wieder können über ein Schnellmontagesystem oder über eine Kette mit einem Stahlbügel auf der reifen Innenseite nachdenken. Diese Ketten halten mehr aus und sind auch für die kräftigeren Fahrzeuge besser geeignet. Alle Ergebnisse und weitere Informationen finden Sie unter oeamtc.at-tests.